Das ist eine Gewinner-Auktion für das Lautness. Für Verkauf und so. Nein, das ist doch für die Lautness-Geschichte. Das habe ich doch gezeigt, junger Mensch. Ja, das war einfach so 10 Minuten oder sowas mit dem Buch. Adventskalender. Alex, jetzt weiß ich nicht, was du meinst, aber egal, was soll ich jetzt machen eigentlich? Sollst du sagen, dass das Buch cool ist und dass man den braucht? Okay. Ja. Und dann können wir weiter. Irgendwann sowas noch dazu machen. Ja. Okay. Ready? Und ihr euch wieder? Ja! Nachdem was? Ich beginne mit dem perfekten Bus-Weihnachtsgeschenk. Rock your life. Ja. Rock your life. Nee, nochmal. Sch. Sch. Ton. Das perfekte Marsgeschenk. Rock your life. Yeah! So. So. Wie lang sein alles ist. HS Kein Stuhl ohne. Gott. Sosu. Kongsangejschenk. Auf galaxye, ich will eineben infected Art. Meine sind alle Chargen des Vorskes. Vielen Dank.